Wissenshäppchen Wie viel Honig produziert eine Biene in ihrem Leben? In Deutschland wird jährlich pro Kopf etwa ein Kilogramm Honig verzehrt. Um diese Menge zu produzieren, ist die Lebensleistung von etwa 100 Honigbienen-Sammlerinnen nötig. Denn eine einzelne Biene sammelt in ihrem etwa sieben Wochen langen Leben gerade einmal genug Nektar für rund 10 Gramm Honig. Was etwa einem Teelöffel entspricht.